Hello, ladies and gentlemen, Wonder Woman, Spider-Pick, Batman, Robin, Wonder Boy, gab's Wonder Boy, ich glaub Super Miracle Man in... Nee, Wonder Boy gab's glaub ich auch immer mal ein Spiel. Bei Let's Play Super Castlevania 4. Ähm, oder zu deutsch, Super Schloss Wahnsinn, die vierte. Oder, falls weniger irgendwie eine Übersetzung hat, ist mir jetzt egal. Und hier komm ich nie durch, durch diese komischen Vieches. Na, was soll's. Sofern ich die nächste Passage schaffe, für die ich jetzt keinerlei Garantie übernehme, mit TUI Airlines, äh, die Gynäkologen-Gedächtnis-Kreissäge dort unten. Nämlich hier sind wir drauf angewiesen, dass wir mit der Treppensteuerung in irgendeiner Form zurechtkommen. Mit der ich, ja, für die ich keine Garantie in irgendeiner Form übernehme. So, äh, ich hab nämlich keine Ahnung, welche Algorithmen sich die Entwickler hierfür ausgedacht haben. Und es ist zum Kotzen. Ein versauter Treppengang. Und schon darf man das hier wieder von vorne machen. Und hier verliert man sehr viele Leben. Davon kann, glaub ich, die Däglichkeit A87 im Besonderen ein, äh, Nümmerchen singen. Beziehungsweise ein Liedchen singen, ein Nümmerchen singen, ähm, hab keine Ahnung. Gibt's Lied über Nummern? Ich weiß es nicht. Dreh, tru, trulala, Nummern sind ausgegangen, Buchstabensuppe schmeckt nicht mehr, ich, äh, äh, schreibe in meinem Hintern, wenn ich, äh, es aufbereite. So, stacheln hier, Instant Death. Und mir kann keiner erzählen, dass man diese Stelle hier, ohne zu wissen, was einen erwartet, quasi, you are prepared, äh, schaffen kann. Und was mir hier früher zum Schaffen gemacht hat, sind, dass die Plattformen teilweise nicht gekommen sind, wenn ich sie brauche. Deswegen, huu, huu, huu. Ähm, krieg ich das? Jawohl, ich krieg's. So, nein, Treppensteuerung, Treppensteuerung, danke. Wie gesagt, wenn ich weiterkomme, ist mir das alles furchtbar egal, mit wie wenig Lebenspunkten, äh, weil ich eh beim nächstschwereren, ähm, Gegner will ich's jetzt mal nennen. Spoiler, Spoiler, Spoiler? Ist das ein Spoiler? Weiß ich nicht. Will erstmal hier vorbeikommen, die schlimmste Stelle meiner Meinung nach im Spiel. Und jetzt! Nicht! Uuuh, das Problem ist, man muss es, glaube, ich weiß nicht, ob's da irgendwie eine andere Lösung gibt. Aber, meiner Meinung nach, muss man es schon fast, oder man muss es pixelgenau hinkriegen. Und wenn man's nicht pixelgenau hinkriegt, dann ist man tooooot. Denn man muss an dieser Stelle, und deswegen ist es die schwerste meiner Meinung nach im ganzen Spiel, man muss ganz, ganz schnell nach links kommen. So schnell es nur irgendwie möglich ist. Weil der ganze, oder der ganze Deckenbereich auf der rechten Seite ist voll von Instant-Death-Scheiß. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht gegen ihn springe, deswegen habe ich eben versucht, äh, nicht zu weit beim Hochgehen auf die rechte Seite zu gelangen. So, ha, bisher komme ich ja mit der Treppe besser zurecht, als ich gedacht habe. So, da oben ist wieder die blöde Plattform, da springen wir jetzt hoch, dann springen wir jetzt da rauf, dann springen wir jetzt da rüber, und dann springen wir jetzt noch da weiter. Nicht dagegen laufen, dann gehen wir jetzt wieder hier rauf und sind glücklich. Nein, sind wir nicht. Nicht so, bevor wir den nächsten größeren, schlimmen Bereich gepackt haben. Ja, diese, wenn man diese Stelle falsch angeht, kommen einfach keine Plattformen mehr, und dann stirbt man, weil man da in die Treppen getragen wird. Ähm, ich hätte jetzt gerne eine Zweitwaffe. Naja, gut, man klappt manchmal auch ohne Zweitwaffe. Ähm, okay. Den machen wir noch irgendwie platt von unten. Von der Seite schlecht. Da hätte man sehr leicht getroffen. Ich könnte nochmal eine Penisverlängerung gebrauchen. Ah, da ist sie ja direkt. Oh, von Dr. Brink. Da falle ich schon wieder durch die Streppe durch, fast. Okay. Ähm. Jetzt. Und jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist es. Seht ihr das? Seht ihr das? Das sieht man noch nicht. Und wenn man es sieht, ist es zu spät. Es ist zu spät, ist es. Oh, Jesus, Maria und Josef. Jetzt noch die nächsten Gegnerpacke. Gegnerpacke, dann ist mir das alles völlig egal, wie sehr ich hier gerade abgelost habe. Da kann mir aber keiner einen Strick draus drehen. Das habe ich super gemacht. Kann jeder sagen, was er will. Das habe ich super gemacht. Das hier mache ich dafür gerade schlecht, weil der ist eigentlich erstmal einfach. Ja, springen. Ich meine, schlagen. Rübergehen. Ducken. Dann trifft er eigentlich mit dem Speer, nicht? Oh, wenn es nur so einfach. Upsi. Wenn es nur so einfach bleiben würde. Wenn es nur so einfach bleiben würde. Meiner Meinung nach einer der schwersten Bosse im gesamten Spiel. Genau deswegen. Nämlich. Wow. Er hat eine Fähigkeit drauf, weil er da. Dagegen gibt es kein Entrinnen. Zumindest kein mir wirksames oder bekanntes. Sobald er rutscht und man ist meistens nicht weit genug weg, wüsste ich nicht, was man dagegen tun kann. Dann, auch diese Pömpel hier, auf die man sich verziehen kann. Schützen meine ich überhaupt nicht. Hier, da geht er mir in den Hintern. Steckt seinen Schnabel rein und sagt. WT-Ente hilft auch gegen Analverstopfung. Äh. Nein. So, machen wir uns hier nochmal schön den Wanst voll. Das ist das Schäne dran. Und wer jetzt meint. Wow. Die Entwickler sind gütig. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Jetzt kommen die Belltower Gargoyles. Oder Gargülen. Ähm. Habe ich schlechte Erfahrungen nach. Äh. Wie hieß das Spiel noch gleich? Die Dark Demon Dark Soul. Oh. Ich wusste gar nicht mehr, dass du das kannst. Danke, dass du mich tötest. Äh. Diese Fähigkeit hatte ich quasi nicht mehr drauf. Normalerweise fängt er doch hin und her und macht irgendwie Spuck, 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 Spuck. Okay, einfach. Ich mach jetzt einfach nur drauf, drauf, drauf. Drauf. Feuerzeug. Drauf. Wenn ich ihn treffe, dann... Eigentlich ausweichen. Besser gedacht als ich es gerade hier tue. Meine Güte. Eigentlich ein einfacher Bus. Äh. Wenn er denn nicht runterkommt und man gescheit reagiert, man nicht direkt vor dem Feuer. Vor dem Mündungsfeuer. Vor dem Schrapnellfeuer. Vor dem Feuerzeuggranaten stehen bleiben. So, den nächsten Boss werde ich zumindest jetzt nicht schaffen, weil die Entwickler hier nicht mehr ganz so gut drauf waren, was das angeht. Das ist die Frage, mach ich so oder mach ich so? Es ist ein alter Bekannter. Der Mr. Death. Die Idee. Death. Und er hat das gleiche Problem wie die... Äh. Wie die blöden... Okay, jetzt kann ich ihn treffen. Oh Gott. Man kann die Peitsche hier als Schild benutzen. Das ist, äh... Eigentlich... Way to go, sag ich jetzt mal. Muss ich nur rechtzeitig umdrehen. Nämlich jetzt. Und dann kommt er runter. Ja, das ist... Eigentlich die sichere Methode. Das Problem ist nur, wenn ich hier nicht gescheit agiere und ich... Oh, das hat doch geklappt. Werde ich jetzt gleich tot sein. Ähm... Okay, werde ich jetzt einen Treffer kassieren. Ist mir aber auch... Egal. So. Jetzt wieder... Wappnen gegen... Oh, da kommt er wieder runter. Vielleicht... Ich muss ihn jetzt, glaube ich, tot kriegen. Wenn nicht, dann bin ich tot. Okay, ähm... Risiko! Oh Gott. Jetzt aber. Yes! Woohoo! Ich fass es nicht. Ich hab den Tod mit so wenig Lebenspunkten, glaube ich, noch nie geschafft in diesem Spiel. Äh... Wäre es mir allerdings nicht bewusst gewesen, dass ich meinen Peitsche als Schild benutzen kann gegen diesen Gegner... Dann wäre es nicht passiert. Ja, ihr seht schon. Es ist für mich mental äußerst anspruchsvoll hier gerade. Und, äh... Jetzt ist nur noch der CEO da. CEO. So, ich werde diesen Trick hier benutzen. Ist mir völlig egal. Weil ich mich auch in die... Oder weil ich mir auch die Blöße geben kann. Moment. Hier ist nämlich eine Treppe und hier ist ein Abgrund. Spring! Und schaffe es! Oh, Gott sei Dank. Ah! Aber jetzt noch den Endboss schaffen. Und ist mir völlig egal. Ich werde ihn ohne Taktik... Naja, ohne Taktik ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Ähm... Ich werde einfach... Die ganzen Items, die ich gerade bekommen habe, total abusen. Es tut mir leid. Er hat zu viel Stromrechnung bezahlt, wie es aussieht. Ja. Wir müssen nämlich uns jetzt über Dracul A-Punkt... Über seinen Kopf... Her machen! Ich weiß noch, wie der Kampf einigermaßen funktioniert. Meistens. Das ist jetzt gut. Ich weiß nicht. Manchmal spalten sich die Feuerbälle... in mehrere Teile auf... Äh... Das... Wenn man diese Geheimstelle benutzt... Uh, uh... Ich meine, uh, uh... Oh, oh... Oh, oh... Das Schöne ist, die Dinger hinterlassen... Fleisch? Wenn man es denn kriegt... Oh, Gott. Ich hasse die Dinger. Damit komme ich nie klar. Damit komme ich nie klar. Damit komme ich nie klar. Ähm... Ähm... Äh... 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 Ich bin ja gerade beim Tennis. Äh... Venus Williams gegen Vanessa Black. Äh... Reu... Die Böhner sind aus dem Häuschen, weil ich keine Ahnung habe, wie man das hier gescheit macht. Ich hoffe noch mal, dass er... Eigentlich... Okay. Okay. Ähm... Oh, ja. Bitte trifft es. Bitte lass es... Oh, ja. Oh, ja. Was... Oh, ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Lebenspunkte bekommen. Letzte Phase. Und jetzt ist Action, muss man. Angesagt. Ja, mit den... Gesichts... Oh, scheiße. Okay, ich muss mich hier ein bisschen anders einstellen. Mit den... Gesichts... Ähm... Penetratoren hier. Schneiden wir ihm langsam. Die Kenntnisse zu seinen Schweizer... Bankkonten aus dem Kopf. Dä, 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 action music. Alles ist fast geschafft, wenn man denn nicht so versagt. Spielt wie ich es hier grad tue. Lalalala. Lalalala. Eigentlich ist es einfach, den Blitzen auszuweichern, die mich an Jafar aus Aladin erinnern. So, er oder ich. Waaaaaah! Waaaaaah! Stirb hier. Der Kabelbrand-Lichtschutzfaktor-Zerstörer hat ihn dahin gelassen. Das Schweizer Bankkonto hat sich uns offengelegt. Yay! Ja, auch wenn es eigentlich armselig ist, dass ich hier die ganze Zeit den... Tinn, tinn, tinn. Die drei... Äh... Gehirn... Ähm... Inhalte aus Leser durch die Gegend schmeiße. Buhh! Entschuldigung. Ist es... ... mir dadurch überhaupt erst gelungen, diesen Boss zu schaffen? Ich glaube, wenn man ihn auf normale Weise macht. Hui, dann wird er doch vielleicht zum schwersten Boss des Spiels. Ansonsten würde ich sagen, es ist der Gabelstapler-Fahrer und Bodenskeletti-Aufwischer. Und hier sehen wir nochmal einen schönen Assert von Simon Belmondo. Mein Gott, das Ding... Das Rockchen von ihm ist kürzester als bei irgendwelchen Porno-Darstellerinnen. Es tut mir leid. Dann muss ich nochmal nach vorne beugen und dann... Dann bimmeln seine... ...seine Kronjuwelen im Winde. Man kann den Leutstab benutzen, um das ordentlich noch zu verstärken. Mhh... Nein! Und... Ja, das hier ist der Auslöser dafür gewesen. Weswegen ich... ...irgendwann mal hier versucht habe... ...natürlich wieder mit Hilfenahme von Safestates... ...eine... ...ja, Lederpeitsche-only-Herausforderung anzugehen. Was... ...völlig total schwachsinnig ist. Weil dann irgendwie fast jeder Kerzenleuchter... ...irgendwie so ein Peitschen-Upgrade ausspuckt. Weswegen ich irgendwie erzählt habe... ...oder mal gesagt habe am Anfang, dass... ...dieses Upgrade-System für mich nicht so ganz viel Sinn macht. Der Hintergrund hier übrigens erinnert mich an Megaman 1 für den Gamer... ...bei Megaman 1 als ob man auf der Weltraumstation, wo er am Ende im Abspann rumläuft... ...eben nicht den Hintergrund hat. Wenn man durch das Glascoat... ...den man nicht auf der Weltraumstation sieht, wie er den Weltraum... ...und da sieht es auch so dunkel aus. Mit Sternemond und Sonne und so weiter und so fort. Wobei er ja keine Sonne war, der war jetzt ja nicht dunkel. Obwohl, in Megaman ist es glaube ich immer dunkel. Auch wenn die Sonne scheint. Weil die Sonne scheint ja eigentlich immer, weil er nichts entgegen ist. Wenn man zumindest... ...irgendwie Tatooine in die Luft springt, wie das Todessterns, den Darth Vader... ...irgendwo mal ausgepackt hat, weil er sich irgendwie sonnen wollte. Deswegen ist er auch so schwarz geworden. Ähm, da hat er ja zu viel Sonne abgekriegt. Oh mein Gott. Nein, ähm... Das hier im Grunde auch so ein bisschen... ...die ganze Screenshot-Geschichte, wovon... ...hab ich da am Anfang was von erzählt, aber nicht zu Ende geführt. Irgendwie kommt mir da gerade was in den Sinn. Das, was mich jetzt hier so ein bisschen an Screenshots aus Zeitschriften erinnert... ...und da bin ich mal so ein bisschen spitz geworden auf Castlevania 4... ...weil ich erstmal so... ...oh Screenshots... ...oh Screenshots sehen toll aus. Oh lala. Und als Kind, als ich in den Zeitschriften diese Screenshots gesehen habe... ...war es dann so... ...dass meine Fantasie wieder angesprochen ist. Das ist... ...tschum... Ich versuche gerade das Protonen-Pack hier bei den Ghostbusters nachzumachen. Das tschum... ...wenn sie es einschalten und tschum... ...diesen geilen Sound macht wie ein Kühlschrank, wenn man ihn aufmacht und er auf Hochtouren läuft. Vielleicht haben sie ja da den Sound-Effekt auch rausgeholt. Man weiß es nicht so recht. Jedenfalls läuft da mein tschum... ...Kopf auf Hochtouren und denkt sich dann aus... ...hmmm... ...wie könnte diese... ...in diesem Screenshot verewigte Passage jetzt wohl weitergehen? Kann der Spieler den Angriffen, die eventuell gerade vom Boss, wie er zum Beispiel hier dargestellt werden, noch ausweichen? Wird er getroffen? Oder gerade auch dann, wenn man das Spiel nicht kennt? Dann stellt man sich auch vor... ...hmmm... ...wie könnte es funktionieren? Das wäre mir bei Aladdin der Fall gewesen. Aladdin für Super Nintendo war... ...Aladdin für Super Nintendo habe ich direkt mit zum Super Nintendo dazu geschenkt bekommen. Das war das erste Spiel, das ich für Super Nintendo durchgespielt habe. Obwohl auch Super Mario All-Stars mit dabei waren. So, jetzt war es allerdings so. Ich habe irgendwo mal einen Screenshot gesehen von der Sega-Fassung des Spiels. Und da habe ich gesehen an diesem Screenshot, dass Aladdin dort einen Säbel getragen hat. Mit ihm jetzt... Schau-Wing, 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 schlitz, 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 keine Gnade. War bestimmt ab 16 das Spiel. Sega war ja immer brutaler. War es das? Ich habe keine Ahnung. Ich sage es gerade mal einfach so. Jedenfalls habe ich auf diesem Screenshot gesehen, dass Aladdin einen Säbel trägt. Und ich habe doch tatsächlich in der Super Nintendo-Fassung versucht irgendwie... Verdammt nochmal, mit welchem Knopf schlage ich jetzt mit dem Schwert? Muss ich ein Schwert aufsammeln? Ich habe versucht, Gegner, die die Schwerte hatten, diese Schwerte irgendwie wegzunehmen. Ich glaube, da gab es irgendwie den ersten Boss. Das hat irgendwie versucht... Verdammt nochmal. Und mir war nicht klar... Ich dachte jedes Mal... Verdammt nochmal, du musst doch hier eine Möglichkeit haben, mit dem Schwert rumzuhauen. Das hast du doch auf diesem Screenshot gesehen. Auch wenn er von Sega war, das muss doch hier gleich funktionieren. Aber nein, natürlich nicht. Und ich war da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, Aladdin, das Spiel ist super. Wäre vielleicht ein Kandidat dafür, es auch mal zu machen, wenn es denn nicht unendlich Continuous geben würde. Ich meine, es gibt keinen unendlichen Continuous, deswegen... Ich habe keine Lust, irgendwann wieder ganz nach vorne anzufangen. Das ist so auch bei... Wenn Ninja Gaiden eins hat, fast unendlich Continuous, bis auf eine Stelle. Und das ist beim Endboss. Boah, da sollte den Entwickler mal jemand ordentlich die Watschen verhauen. Schöne links, schöne rechts. Bestes Terrence Hill und Bud Spencer Maniergedöns, sage ich jetzt mal. Ja, jedenfalls habe ich erst dann etwas später Aladdin zu schätzen gelernt. Und habe es dann doch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es sehr viel gespielt. Und ja, irgendwann habe ich dann mal irgendwie Versuch benutzt oder Versuch gemacht, um möglichst früh, möglichst alle Herzcontainer, die man im Spiel durch diese Juwelengeschichten bekommen kann, auch zu bekommen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und ja, das war noch die Zeit, wo ich so viel Zeit hatte als Schüler. Und so wenig Geld für so wenig Spiele, dass man Sachen häufiger durchgespielt hat. Einfach, weil man sich nichts Neues kaufen konnte, nichts Neues kaufen, ja, konnte oder irgendwann nicht mehr durfte. Merk, du hast so viele Spiele. Du hast nicht mehr die Erlaubnis, von uns nur Spiele zu kaufen für die Kontrolle. Ja, würde diese Sequenz hier noch eine Sekunde weitergehen, wäre es Simon Belmondo entmahnt. Dann könnte er sich so viel nach vorne bücken, wie er wollte. Es würde nichts mehr klingeln. So, und damit es bei euch irgendwann nochmal weiter klingelt, mache ich noch Schluss. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen ein bisschen Spaß hier beim Zugucken, auch trotz des Gefährles gegen Ende. Bis zum nächsten Mal, ciao.